Verehrter Kollege Zimmermann, um MPD zu verbieten, brauchen Sie die Informationen von V-Leuten nicht, haben Sie zumindest gesagt, dann können Sie alle V-Leute hier im Land Berlin abschalten. V-Leute handeln nicht aus Egoismus. Ich hoffe nicht, dass Sie denken, dass die V-Leute aus Loyalität zum Staat ihre kriminelle Tätigkeit ausüben. In den meisten Fällen, das wissen Sie genauso wie ich, sind diese Personen vorbestrafte Personen, Extremisten. Und was Sie dem Staat bringen, haben wir, ich hatte ja vorhin in meiner Rede ja deutlich unterstrichen, was Sie dem Staat bringen, haben wir bereits in Bezug im Bereich des NSU-Skandals gemeinsam in unterschiedlichen Ausschüssen auch feststellen können. Heute machen Sie noch mal deutlich, das, was Sie zumindest gesagt haben, dass Sie weiterhin bereit sind, mit Straftätern, mit Extremisten zusammenzuarbeiten. Diesen Weg gehen wir nicht mit. Und dass die NPD, dass die NPD, dass die NPD, lieber Herr Zimmermann, bis jetzt noch nicht verboten werden konnte, das verdanken wir Verfassungsschutz. Und bis jetzt hat die Bundesregierung übrigens nicht vorlegen können, nicht vorlegen können, wofür die V-Leute tatsächlich hilfreich waren. Gegenteil ist aber mehrfach belegt worden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Tasch. Herr Zimmermann, Sie möchten antworten, bitte. Frau Präsidentin, Herr Tasch, Sie haben dieses Missverständnis, will ich mal vorsichtig sagen, hier wiederholt. Vielleicht auch ein bewusstes Missverständnis. Es geht nicht darum, dass jegliche V-Leute abgeschaltet werden in der Frage des NPD-Verbotsverfahrens. In der Frage des NPD-Verbotsverfahrens geht es um die Abschaltung, die dauerhafte Abschaltung der Leute, die möglicherweise auf der Vorstandsebene der NPD vorhanden sind. Ja, nein, das wollen Sie irgendwie leugnen und wollen deswegen Ihr Generalthema V-Leute hier anbringen. Wir bitten darum zu differenzieren. Wir werden alles tun, damit das Verbotsverfahren vernünftig laufen kann. Wir werden aber nicht darauf verzichten, zur Frage der Verhinderung jeglicher anderer rechtsextremer Gewalttaten notfalls auch auf die Quelle von V-Leuten zurückzugreifen. Dankeschön.